Wenn wir uns mit Umweltveränderungen beschäftigen, dann müssen wir uns immer verdeutlichen, welche Zeiträume wir uns anschauen, welche Zeiträume aus der Umwelt wir untersuchen möchten. Umweltveränderungen finden schon immer auf unserer Erde statt. Unser Planet ist heute so, weil es über Jahrmillionen täglich Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Sphären gibt. Und die komplexe Umwelt wird folglich eingeteilt in ganz unterschiedliche Bereiche. Eben diese Sphären, und bitte seien Sie jetzt mal auf die folgende Abbildung hingewiesen, die zeigt Ihnen die wesentlichen Einflussfaktoren und Sphären. Lassen Sie uns aber auf die Wichtigsten konzentrieren. In dieser Abbildung sehen Sie im zentralen Bereich unsere Erde mit dem Ökosystem. Von oben kommend Einflüsse aus den Galaxien, aus dem Universum. Von unten die Einflüsse, die aus dem Erdinneren kommen. Und das Zentrale, was uns jetzt in diesem Zusammenhang der Umweltveränderung interessiert, ist das, was in dem Kasten, in der Mitte steht. Das ist das Ökosystem. Dieses Ökosystem wird aus verschiedenen Sphären gebildet. Es ist die Atmosphäre, also alles, was in der Meteorologie von Bedeutung ist. Die Hydrosphäre, alles in Bezug auf das Wasser. Die Biosphäre, alles in dem Bereich Tiere und Pflanzen. Der Pedosphäre, alles in Bezug auf Böden und was dort von Relevanz ist. Und der Lithosphäre, alles in Bezug auf die Gesteine inklusive der aufbauenden Materialien. Alle Sphären wirken auf der Erdoberfläche zusammen, in der sogenannten Reliefsphäre. Und es ist eindeutig, dass alle Sphären miteinander verknüpft sind. Das heißt, wenn sich ein Faktor in einer Sphäre ändert, wird das Auswirkungen auf die anderen Sphären nach sich ziehen. Im Gegensatz, wenn man einem Umweltsystem genügend Zeit gibt, wird sich alles aufeinander einstellen. Das heißt, die anzutreffende Vegetation ist optimal auf das vorhandene Klima eingestellt, optimal auf das vorhandene Wasser adaptiert, optimal auf die gegebenen Böden und den geologischen Untergrund eingestellt. Wenn dies der Fall ist, spricht man von einer Klimaxvegetation. Und in Analogie gibt es das auch in den Klimaxboden oder das Klimaxrelief und so weiter. Natürlich finden die langsamen Anpassungen in den unterschiedlichen Zeiträumen statt. Vegetation kann sich in ein paar Jahren verändern, Böden benötigen einige Tausende von Jahren und anstehendes Gestein vielleicht einige Hunderttausende, ja Millionen von Jahren. Um das Gesagte zu rekapitulieren. Erstens, unsere Umwelt verändert sich kontinuierlich in Raum und Zeit und das ist ganz normal. Zweitens, unsere momentane Erde ist ein Ausdruck der derzeitigen Ausprägung der jeweiligen Faktoren. Drittens, unsere Umwelt ist Dynamiken unterworfen, die teilweise auch periodisch ablaufen, zum Beispiel der Wechsel zwischen Warm- und Kaltzeiten. Und wenn mehr Interesse an solchen Dynamiken existieren, seien Sie bitte auf Lektion 11 verwiesen, diese sind dort näher ausgeführt. Viertens, der Klimawandel beeinflusst selbstverständlich diese Umweltveränderungen auf verschiedensten Ebenen. Über langfristige Klimaschwankungen, über mittelfristige Änderungen von Wetterlagen und Witterungen, sowie über ganz kurzfristige Wetterereignisse, häufig auch in der Ausprägung von Extremen. Auch den Extremen ist eine eigene Lektion gewidmet. Fünftens, der Mensch beeinflusst dieses System auch nachhaltig und final, alles passiert gleichzeitig. Wenn man also von raumzeitlichen Dynamiken bei Umweltveränderungen spricht, dann muss man die Untersuchungen im Raum in das globale Erdsystem bis zu den Interaktionen auf Sandkorngröße oder gar Molekulargröße und in verschiedenen Zeitperioden von Jahrmillionen bis zu momentan in dieser Sekunde ablaufenden Prozesse untersuchen und einordnen. Natürlich kann man nicht alles gleichzeitig untersuchen, aber man muss die Rahmenbedingungen beachten. Und das gilt ganz besonders, wenn man sich die Auswirkungen des Klimawandels auf die Umwelt im Detail anschauen möchte. Denn so klar, wie es häufig erscheint oder auch in den Medien dargestellt wird, so klar ist die Situation nicht. Diese bisher eher theoretischen Aspekte möchte ich jetzt anhand einzelner Bilder darlegen. Von vermurten Siedlungen, durch Felssturz, blockierte Straßen, durch Lawinenablagerungen, durch überschwemmte Gebiete, durch Bodenerosion. Und aus diesen Beispielen wird sicherlich deutlich, dass es grundlegend nicht einfach und trivial ist, die zu beobachten Veränderungen in der Umwelt rein auf den Klimawandel zu beziehen. Prozesse auf unserer Erdoberfläche sind von vielen Faktoren gesteuert, wie die bisherigen Ausführungen ja schon gezeigt haben. Einen sehr guten Ansatz für die Untersuchungen der Bedeutung des Klimawandels finde ich deshalb das Konzept, eben nach diesen vorbereitenden, auslösenden und kontrollierenden Faktoren zu unterscheiden. Der Klimawandel kann in all diesen drei Bereichen wirken. Eben als vorbereitender Faktor, zum Beispiel langenhaltende Trockenheit, als auslösender Faktor, zum Beispiel über kurzfristige Starkniederschläge oder als kontrollierender Faktor, beispielsweise über die Niederschlagsmenge oder auch der zur Verfügung stehenden Wassermenge, um eben diesen Prozessablauf zu kontrollieren. Es ist also spannend, die Auswirkungen des Klimawandels auf die Umweltveränderungen zu untersuchen. Und im Folgenden möchte ich jetzt einmal darlegen, wie denn solche Umweltveränderungen auf unsere Gesellschaft wirken. Und hier werde ich einige wesentliche Begriffe erläutern und dann eben in den Bezug zur Gesellschaft diese stellen. Vielen Dank.